Dear Mr. Ouija, I want to know my future Will I die a murder, a bloody murder Come, come again murder, murder, mo' 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 murder Haus gelaufen. Ich geh jetzt zur Treppe hier. Da ist einer hinter wahrscheinlich. Hinter dem beigen Haus. Ich hab da gerade... Ich seh da oben einen, ich seh da oben einen laufen. Ich bin oben. Ich hab ihn auch gesehen. Aber du hast ihn getroffen. Beispieler, ein full Equip, bei einer nicht so full Equip. Der blutet. Der da hinten blutet. Ich hab den in der Rundbaracke getroffen. Hast du ihn? Nein, er war schon fast. Ja. Hat einer einen Motorradhelm? Nee. Nee. Ich hab nen Gorka hin. Ja, da. Du bist der Bambi. Ja, ich bin der Bambi. Und da oben ist... Ja, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Hier ist einer. Bezielt. Wo denn? Hab ihn getroffen. Wo, 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 wo? Er rennt jetzt nach hinten weg. Wo? Ist hinten. Wo hast ihn getroffen? Bei dir rausguckend aus dem Haupteingang. Ich hab ihn einmal getroffen, den Bastard. Der Rest ging alles daneben. Ist er an den Baum geflogen, hinter das Haus? Er ist weiter gerannt. Ich hab keine Muni mehr. Ich muss wegrennen, die Zombies kommen. Ich blute. Ja, das bist du. Okay. Ich bin hinter dir. Lass mich befreien. Ihr habt ihn auf jeden Fall gerettet. Hier rennt einer vor mir. Da rennt einer, da rennt einer, ja. Hier rennt einer. Ich steh. Bist du tot? Nee. Hier sind viele, hier sind mehrere. So, andere. Fert schon richtig geguckt. Er ist hier auf der Treppe. Und geiert. Fuck, schießt du auf mich? Schießt auf mich? Ja, oben aus der Feuerwehr. Oben aus der Feuerwehr. Gut, dann ist das dein Mist. Aus dem Turm. Ja, wusste ich's doch. Aus der Feuerwehr, aus dem Turm. Ich seh nichts, weil ein Baum direkt davor ist. Nicht am Bild. Ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh, ich seh einen Piken. Wie viel Meter sind das von, von, von den Schuppen zur Feuerwehr? So 100, gell? Ja. Mach 100 und schieß über seinem Kopf. Ah, hätt ich auch gemacht. Und? Hab ihn getroffen? Ja, ich hab ihn schreien gehört. Ich find die Nahraderanimation der Musik echt nice. Äh, ist euch das schon mal aufgefallen? Das hier mit dem Stock? Wer ist das hier? Ja, ich, ich, ich. Okay, guck, guck, komm her, komm her. Ich hab genug. Mir reicht was hier. Wer ist das hier? Äh, Soptan oder was? Fünf Schuss Mosin reicht. Fünf Schuss Mosin? Ein Mann bist du das? Ich bin das, ja, ja. Ja. Gut. Dein Zeug ist hier, einmal reinrühren, hier oben auf der Treppe. Ich hab meinen Rack gegeben, damit er heile bleibt. Was machst du, Dicker? Er rennt an die Wand und guckt nach oben. Hier lang, Mann. Was? Ja. Ist es das Gelbe? Hast du auf mich geschossen jetzt? Nein. Ist es das... War das einer von... Warte, warte. Bleib da. Ist es das ein bisschen Haus, wo vorher die Action war? Ich renne weg. Nein, das gelbe Haus. Ein gelbes Haus. Das selbe, wo wir drinnen waren, also das selbe Haus. Schlock dich zurück zum gelben Haus. Gleich. Wir hatten einen blauen Rucksack, Cowboyhut, blauer Rucksack. Einer von denen. Ja. Der ist hier am Porzlanhaus, am Blockhaus, ähm, hier. Backsteinhaus, Orangen. Alles klar. Ich flankier den von links vom Bahnhof, ich lauf jetzt los. Das war die erste Ansage, wo ich weiß, wo die Gegner sind. Ja, okay. Ich auch. Ah, da oben sind die Rinder, okay, die laufen in Panik. Also, wo, wo, wo ist das Backsteinhaus? Hier, vorne. Das hier. Ah, das hier. Okay. Ja, hinterher ist er gerade gerannt. Du bleibst hier, ich renne hin mit der Pistole. Ich bleib über die Pistole. Ich bleib über die Pistole. Ich meine, keiner setzt mich ein. Ich bin am Bahnhof, hinterm Bahnhof. Okay. Okay. Oh, da kommt einer, äh, der kommt zum Brickhaus jetzt. Vorsicht, mit green, äh, mit rotem Backpack. Wie ist das? Der kommt jetzt gegen. Der ist jetzt an der Kante vom Haus und piekt ins gelbe Haus. In unser Haus. Okay. Ja, alles klar. Hab einen misshandelt, hab einen misshandelt, aber ich bin auch tot. Was? 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 Mach Spaß. Nein, wenn du... Warte. Wenn du hinten raus guckst, da vorne. 200 Meter. Ja, was da vorne? Also, äh, der kommt jetzt Richtung Heuhaufen gelaufen. Straight Shot. Und ein anderer ist da hinten im Wald. Ich schwör auf alles. Ja, komm hierher, neben mich. Ich guck aufs Fenster zum Heuhaufen links. Ich guck aufs Fenster zum Heuhaufen links. Da läuft er jetzt nach rechts. Siehst ihn? Am Heuhaufen rechts. Ja, ich seh ihn, ich seh ihn. Und der andere ist weiter links, da ganz hinten im Wald. Nein, der andere ist da hinten im Wald, ganz hinten links. Ja, dann knall wir den weg. Guck mal, der läuft. Ich knall ihn weg, ich knall ihn weg. Komm. Nein, weg. Geh runter. Ah, ah, der Typ im Wald. Ich hab ihn jetzt verloren, weil ich nicht gucken wollte. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Hast du den? Ja. Der eine ist tot. Und jetzt kommt der Schalldämpfer. Der hat nicht eine Sekunde, der hat nicht ein, nicht 20 Schuss ausgehalten von Christine. Was soll die Scheiße? Der andere ist da, wo ich hinziele, hinten im Wald. Aber ich seh ihn gerade nicht. Der den auch nicht. Geh mal wieder auf deinem Wald. Der andere ist da, wo ich hinziele, hinten im Wald. Geh mal wieder auf deinem Wald. Da ist einer hinterm Heuhaufen. Da ist einer hinterm Heuhaufen. Ja, 100 Meter. 100 Meter? Ich schieße auf den. Ich schieße auf den. Nein, geh weg. Ja, aber dann mach auch was. Ich glaube, ich hab ihn. Ich schieße jetzt. Ich glaube, ich hab ihn. Hol den dir, hol den dir, hol den dir. Danke. Hat einen Hit, hat zwei Hits. Ich geh wieder in Deckung. Ist umgefallen. Ja. Gib den in den Rest. Gib den in den Rest. Ja, mach ich jetzt. Tritt du bei uns? Nein, Zombie. Ah. Hast du den? Ich darf ihn nicht. Ja, warum? Der liegt doch, Alter. Jetzt hat er noch einen Hit. Jetzt muss er tot sein. Ach, fertig. Da kommt jemand bei mir. Ja? Bei mir kommt jemand. Ach du Scheiße. Aber du hast Fireplace-Kids, oder nicht? Lauf jetzt los. Ja, bei mir ist jemand. Bei mir ist jemand. Die Hand. Da rennt einer zu euch. Da rennt einer zu euch. Es rennt einer zu euch. Er ist von der einen Wille zur anderen gerannt. Ja. Wie ist die X? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Danke. Da ist ein, haben rüber geflitzt. Ja, wir können nicht. Hier ist doch einer, Alter. Hier ist doch einer. So, ich geh looten. Warte, warte, ich seh'n Kopf, warte. Ich seh'n Kopf. Ist das ein Zombie? Ah, ich bin tot. Bist du wieder? Ja. Wer schießt? Genau vor mir. 100 Meter. Vom Bahnhof, 100 Meter. Ja, ich komm. Ich komm von hinten ran. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich bin schon bei der Schienbahnbahnbahnhof. Ich komm von hinten ran. Ey, bist du hier auf dem Boden? Nein, schieß. Ich komm. Aber wie? Hast du ihn? Er hat mich angehütet. Er hat mich angehütet. Er hat mich angehütet. Er hat mich angehütet. Der UMP. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Geht ab. Ich seh'n Spieler hinten im Wald. Bist du einer von euch? Ich bin im Wald. Nein, nicht laufen. Ich liege. Alles klar. Ich hab'n Spieler im Wald überall oberhalb von dir. Oberhalb von Bahnhof ist ein Spieler im Wald. Ja. Guck runter zum Bahnhof. Der guckt auf dich bestimmt. Ich hoff jetzt gleich hier weg. Fullerquipter ne? Aber richtig dolle. Ja, einen Fullerquipten hab' ich vor mir. Der ist tot. Der hockt mit dem... Der hockt... Hockt der am Baum? 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 Ich schactic' da nicht los aus? Warte, kräft mal ruhig. Bei mir ist einer. Der tastet sich ran. Komm. Soptan. Ich bin unterwegs. Du du gleich da? Und zieht das Geräusch? Ja. Er ist direkt am Haus dran dran Delaware den Lauf figuren. ? Ja. Warte ich zu lassen Warte ich zu lassen? Psst. Lie bitte. Er kommt jetzt auch 가져 an zu ran. Er guckt rein, es sucht dich Warte. Komm rein, er kommt rein. Er ist immer noch da, ich seh ihn grad, ne? Soll ich schnell rushen? Er ist hinten auf der Rückseite, hinten auf der Straßenseite, die andere Seite. Von da kann er durchs Fenster springen. Au, ich hab' beschossen! Ich bin Arkanisch, der ist oben am Stein, oh mann, Alter! Wer hat denn grad gewusstet? Ich nicht. Jimmy. Jimmy. Ja, ich, ich hab gewusstet. Mann, Alter, schon wieder weg, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Oben am Stein. Der kann nämlich nur von hinten auf den Strauben einsehen. Ah, nee. Mike, wenn du da bei den Bäumen spawnst, dann sind die Gegner direkt bei dir. Das finde ich gut. Er hat mich, ich bin, er, oh, wir haben durchs Fenster die ganze Zeit geschaut. Hinterm Rondell warten, wenn der einmal kommt. Dann gebe ich Schildchen in die Beine an. Wenn der jetzt vielleicht einen Kollegen hat, der dahinter piekt und schießt. Weißt du jetzt. Die bekämpfen sich gegenseitig. Wenn du siehst, er läuft da lang und bleibt dann stehen. Dann komm raus und schieß. Wenn er nur durchläuft, scheiß drauf. Wenn er nur durchläuft, kannst du ja nicht reagieren. Du weißt ja nicht, Mann, er hat nur... Position 3. Ich hab zwei. Oh, da ist der Bus. Da ist ein Bus. Da ist ein Bus. Da ist es jetzt auf Höhe. Ich bewege es raus. Oh, ja. Er schießt. Ich. Schieß. Hä? Wie viel Meter sind das? Das sind's. 300. Wo bin ich denn jetzt? Ah, haben wir ihn? Nein, haben wir nicht. Das sind zwei. Das sind zwei Fahrzeuge, ey. Ja. Ja, sag ich doch. Ein Bussen-Chuck. Ja, soll ich rangehen? Ich hab die Schrotmittel. Ja, okay. Mach mich schon weg. Ja, geh ran und dann... Genau, hopp. Gacka wie ein Huhn. Wedel mit den Händen und Gacka wie ein Huhn. Und die Schüsse. Ich komm auch ein bisschen näher in so einem Gewichtskonstellation. Werde ich machen. Dankeschön. Oh, ich sehe, ich sehe, wo er auskommt. Es kommt aus dem Wald. Nein, das ist vom Gelben Haus. Genau, das ist vom Gelben Haus. Ein Gelben Haus. Bei meinem Gelben Haus. Nein, ja, bei mir. Da kommt meine alte Position. Zwei Stöte sind hier. Oh, ja, ich bin mir. Der ist vor mir. Der ist vor mir. Ich schieße. Noch mal angeschossen. Beine gebrochen. Hab einen. Hab einen. Ja, okay. Einer ist im Schuppen beim Gelben Haus. Ja, den habe ich. Nein, nein, da ist noch einer. Nein, ich bin bei der Gegner. Ich bin hier. Ich laufe jetzt. Nein, 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 nein. Da schießt trotzdem noch wer. Zum Schuppen? Ist er im Schuppen? Ich bin am Schuppen. Ich bin nicht am Schuppen. Ist es jemand im Schuppen? Wer läuft gerade über die Wiese? Ich. Ich bin im Schuppen. Und am Schuppen ist ein Spieler. Genau da hinterher. Der guckt ihn kann. Scheiße. Ich sehe ihn von da nicht. So, ich bin jetzt am Schuppen. Und du sagst erst noch dann. Oh. So, ich bin beim Schuppen. Hier habe ich glaube ich die Beine getroffen. Kann das sein? Ja, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Alles klar. Sehr schön. So, ich gehe rein. Ich nehme jetzt hier einen mit einem blauen Mountain-Backpack und einem komischen Hut auf dem Kopf. Und ich laufe hier um dich herum. Was? Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Ja wirklich. Auf dem Stream sehe ich das auch. Ich komme jetzt auch in diesen Graben. Ich bin jetzt im Haus. Die waren hier vorne. War die Schüsse? Die waren links oben. Die waren nicht am Doppelgebäude. Hundertpro nicht. Hinter euch ist ein Ort. Das wisst ihr, ne? Wenn ihr über die Hüge rüberläuft, wird es dann ein Ort. Oh, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Wer schießt? Oh, Steps am, am, äh. Schon wieder Steps hier. Ja, ich. Das ist der Bohne. Der hat mich erschossen. Ich dachte, Bohne, du wüsst es, Alter. Ey, ich bin auch ne Frau, die schwarz angezogen ist. Ich dachte, du bist in der Nähe des Hauses am Graben. Ich bin fulgiert, Mann, eigentlich. Ja, Mann. Ich weiß gar nicht warum. Also, wenn du will auf Chaos Crew, ich kann hier was abgeben, Mann. Ich hab ne FKS. Der auch. Der auch. Der FNX. Ich glaub, ich will jetzt gleich auf den La Marianne sein. Ich hab ne Mosin. Ja. Wartet. Jo, ich bin jetzt wieder am Connecten. Und? Komm, die Zombies. Habt ihr gehört? Ich hab ein, äh, ein Miesen drinne. Ist er weggelaufen? Ja. Da war ein Mieser drinne. Ja. Ist er weggelaufen? Ne, er steht rechts von der Tür. Hey, was für ein Mieser? Was für ein Mieser? Hoffentlich kommen die Zombies jetzt. Wird ein Glück, wird ein Glück. Oh, guck mal, wie ich will es. Ich, 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 ich. Ohhhh. Ohhhh. Hehehe. Mit dem Zombie denke ich. Er ist jetzt unten. Er, er kämpft mit dem Zombie. Ich kann hier nicht rechts laufen. Wenn er bei der... Haha, er hat den Zombie draußen eigentlich ausgesucht. Wenn er bei der Küche... Er ist drin, er ist drin oder draußen? Er ist draußen. Ja, ich geh an die Tür. Ohhhh, er ist unten. Ok, ich hab ihn verfehlt. Ach den. Ich schieb dir nicht, ne? Ist er rechts? Er ist rechts, ne? Ja, er ist rechts. Jetzt rennt er weg. Jetzt rennt er rum. Jetzt ist er rumgerannt. Hinten raus. Guck, warte. Warte. Wo ist er? Hinten raus. Jungs, siehst du mal. Das sind ganz viele Zombies. Ohhhh. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Warte. Ach. Alles klar. Warte. Guck! 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 Ok, ich hab jetzt Achtung. Nicht? Keine Ahnung. Ich hab ein. Noch ein. Police, Police. Könnte einer drinnen sein, warte. Komm raus. Mach aber wieder den Lager zu, damit sie nicht sehen, dass hier Feuer ist. Ich bin jetzt hinterm bästchen Haus. Ja, wenn du mal still sein würdest, dann... Habein. Nice. Guck. Ah? Hörst du kein... Ander Mauer. Pass auf, der geht dir direkt hin. Pass auf. Ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen. So schnell du drückst, so schnell du schießt, ja. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ja, bitte bleib einmal stehen, er läuft immer jetzt. Ein anderer rennt. Nicht bewegen. Lass ihn laufen. Ach man, jetzt kommt der Typ da nicht mehr. Da, 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 da läuft ja. Ich glaub, ich hab ihn. Ja, ich hab ihn die Beine gebrochen. Du wo hängt, ey, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.